Ja, ja, ich weiß, ich wollte gar nicht so viel machen, gebe ich ja zu, aber es lässt sich wohl im Moment noch gar nicht so arg vermeiden oder großartig dezimieren. Ja, tatsächlich so 95 bis 99 Prozent, ja, was man so auch am eigenen Leib spürt, erfahren darf, erfahren muss, erfahren soll, ja, sind tatsächlich gar nicht mal so erfrischend lustig, wenn nicht sogar wieder mal satanisch, zerstörerisch gegen die Schöpfung, gegen das Gute. Das Böse unterstützend, aber, 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 wenn es wirklich mal was Tolles, Positives zu berichten gibt, dann haue ich das natürlich auch raus. Ich würde viel lieber solche Meldungen bringen, aber die sind halt wirklich ganz, ganz rare Kost, müssen wir auch halt mit leben, hilft nichts. Ja, das kommt, ich glaube, das kommt am Schluss. Genau, und zweimal habe ich mich auch, habe ich mich auch mal wieder, ja, ertappen lassen, mich durchgerungen, dann mal wieder beim Microsoft Edge, da kommen ja immer die neuesten Meldungen. Dazu gehört übrigens die jetzt hier auch, ja, manchmal lässt es halt auch nicht verhindern, langer Sinn, kurze Rede anzuschauen bei VK, BitChute, Odyssey, getrailert bei Rambl und dreimal YouTube. Und dann vielleicht, bis gleich, macht's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.